Herzlich willkommen zu AfD Persönlich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bei mir heute zu Gast, Enrico Komning. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Herr Komning, Sie sind ja so ein echtes Nordlicht. Fällt es Ihnen manchmal nicht schwer, das Meer gegen den Bundestag einzutauschen? Ja schon. Also ich bin ja gebürtiger Strahlsunder. Ich komme ja also sozusagen direkt von der Küste und war auch immer stolz, Vorpommer zu sein. Jetzt bin ich Mecklenburger in der wunderschönen mecklenburgischen Seenplatte. Und ja, es ist schon immer schwierig, wenn ich von zu Hause Ade sagen muss und nach Berlin fahren muss. Die Landschaft, die Leute auch vor Ort, das sind schon tolle Menschen. In Berlin ist das ein kleines Stück anders. Sie sagten tolle Menschen. Mir fällt da ein recht bekannter Vertreter aus Ihrer Region ein, der Herr Amthor. Sind vielleicht gar nicht alle so toll? Ach naja, den Herrn Amthor kenne ich persönlich nicht besonders gut, muss ich sagen. Herr Amthor ist ja mein direkter Gegenkandidat der CDU. Und ich habe schon ein Stück weit Hochachtung davor, dass er sich in der CDU so schnell so hochgekämpft hat. Aber die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, gehören so junge Leute ohne Lebenserfahrung, ohne Familie, ohne dass sie tatsächlich mal in der Wirtschaft tätig geworden sind? Gehören die schon ins Parlament oder nicht? Diese Frage muss man ganz klar mit Nein beantworten. Als ich so alt war wie Herr Amthor, ich glaube, er ist jetzt Ende 20, war ich verheiratet, war Vater einer achtjährigen Tochter, hatte mein erstes Staatsexamen in der Tasche. Hat er ja auch, klar. Aber ich habe das Zweite gleich hinterher gemacht. Und ja, insofern glaube ich, dass ich, was die Lebenserfahrung angeht, doch einige Vorteile gegenüber Herrn Amthor habe. Nun sind Sie parlamentarischer Geschäftsführer derzeit noch in der Bundestagsfraktion. Viele können sich darunter, glaube ich, nichts vorstellen. Was macht man da? Als parlamentarischer Geschäftsführer führt man die parlamentarischen Geschäfte. Ich habe das gerade meiner Besuchergruppe mal dargestellt, was ich dort als parlamentarischer Geschäftsführer mache. Ich bin ja erst zur Mitte der Legislatur zum parlamentarischen Geschäftsführer bestimmt worden. Und wir haben in der Fraktion vier parlamentarische Geschäftsführer, die jeweils unterschiedliche Aufgabenbereiche haben. Ich selber bin zuständig für die innere Verwaltung, also für den inneren Dienst sozusagen. Ich bin Sicherheitsbeauftragter unserer Fraktion und ich kümmere mich um das Prozessmanagement. Das heißt, unter meiner Ägide wird sozusagen geschaut, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Wir dokumentieren Prozesse, wir modifizieren Prozesse und wir wollen irgendwann mal dahin kommen, dass wirklich alle Prozesse digitalisiert sind. Das ist noch ein ganzes Stück Arbeit. Hört sich ganz schön dröge an. Es ist gar nicht so dröge, weil man kommt mit wirklich allen Verwaltungsabteilungen und auch mit allen parlamentarischen Abteilungen unserer Fraktion in Kontakt. Man steht mit vielen Menschen in Kontakt, viele verschiedene Charaktere, mit denen man auskommen muss. Sie müssen ja auch ein Stück weit was freigeben von sich, was sie also bisher getan haben. Und dieser Menschenkontakt, der ist tatsächlich nicht dröge, sondern er ist sehr interessant, muss ich sagen. Sie sagen Menschenkontakt, da fällt mir gleich ein, Sie kommen aus einer ländlichen Region. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema für die AfD, oder? Ja, die ländlichen Räume, wie es im Politischen heißt, ist ja so ein Stück weit mein Steckenpferd. Ich komme tatsächlich vom Dorf, wenn man das so sagen kann. Auch wenn ich jetzt in der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns in Neubrandenburg wohne. Aber ich bin in der Nähe von Pasewalk aufgewachsen. Ich habe quasi meine Kindheit und meine Jugend auf dem Dorf verlebt, habe dann in Greifswald studiert mit meiner Familie damals schon und bin dann nach Neubrandenburg gegangen. Ich glaube, dass die ländlichen Räume in der Politik einfach viel zu wenig Beachtung finden. Es wird immer ein großes Tra-Ra gemacht, dass man die ländlichen Räume fördern müsse. Es werden Kommissionen einberufen. Es wird einiges an Geld in die Hand genommen. Aber wenn man sich dann wirklich vor Ort umguckt, was kommt da an? Dann passiert da quasi nicht allzu viel jedenfalls, jedenfalls nicht so viel, dass es den Leuten vor Ort wirklich hilft. Wir müssen die ländlichen Regionen stärken. Die Leute wollen immer mehr in die Städte ziehen. Wir müssen die ländlichen Regionen wieder attraktiver machen. Und dazu gehört, dass wir die ländlichen Regionen fördern. Mit Geld fördern, dass wir die Wirtschaft fördern, dass wir auch fördern, dass sich das ländliche Leben auch für denjenigen, der dort hinzieht, lohnt. Denn letztlich lebt man im ländlichen Raum quasi mitten in der Natur. Dazu gehört natürlich auch und insbesondere die Digitalisierung. Denn wenn alles digitalisiert ist, dann kann man letztlich auch dort arbeiten, wo man wohnt. Sie haben also wirklich einen Plan für die Leute auf dem Land, sage ich mal. Wie bringen Sie diesen Plan an die Leute vor Ort? Naja, nun sind wir ja Opposition im Bundestag. Und als Opposition sollte man nicht nur meckern und kritisch sein und mit erhobenem Zeigefinger auf die Regierung schauen, sondern man muss tatsächlich einen Plan in der Tasche haben. Und ja, der Plan ist da. Also ich bin ja tätig im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und dort eben auch für Strukturpolitik verantwortlich. Ich bin im Unterausschuss ERP, hört sich kompliziert an. Da geht es also um regionale Wirtschaftsförderung. Und das ist das eigentliche Kernproblem. Man muss in den ländlichen Räumen zunächst die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute dahin wollen. Und nicht erst, wenn Leute da sind, sozusagen sie dann unterstützen. Man muss sie dahin ziehen. Es muss Standortvorteile für ländliche Räume geben. Und das heißt natürlich, dass die Infrastruktur ausgebaut werden muss. Das fängt beim öffentlichen Personennahverkehr an über die Straßen, über die Schienen, die im ländlichen Raum ja immer mehr abgebaut werden. Natürlich, die digitalen Netze müssen stimmen. Wir brauchen einen Breitbandausbau, aber auch Mobilfunk im ländlichen Raum. Und wenn wir das alles haben, dann funktioniert das. Und wenn man den Wirtschaftsunternehmen Standortvorteile gibt, durch Steuererleichterungen zum Beispiel. Ich glaube, ich war auch einer der Ersten, der in dieser Legislatur das Wort Sonderwirtschaftszonen in den Mund genommen haben. Da haben uns die Altparteien noch ausgelacht und gesagt, das geht alles steuerlich überhaupt gar nicht. Inzwischen ist es Programm der Regierung, dass Sonderwirtschaftszonen errichtet werden sollen, gerade in den ehemaligen Braunkohlegebieten. Das sind Ideen, die wir haben und die wir gerne umsetzen wollen. AfD wirkt also? AfD wirkt auf jeden Fall. Also ich bin auch so ein Stück weit stolz, dass das Thema Sonderwirtschaftszonen, was durch uns initiiert wurde, jetzt auch tatsächlich vielleicht auch nicht in allen ländlichen Regionen, sondern jetzt erst mal in den Braunkohlegebieten, die ja sozusagen nach und nach aufgegeben werden sollen, dass es dort zumindest mal Anklang findet. Nun habe ich mich natürlich ein bisschen über Sie umgehört. Und da ist mir in der Fraktion zu Ohren gekommen, dass Sie ganz besonders für eine Sache berüchtigt sind. Nämlich für ganz besonders schöne und kreative Geburtstagsgeschenke für alle Abgeordneten. Wie kommt es denn dazu? Naja, also solche Geburtstage werden ja oftmals vergessen. Ich selber vergesse auch sehr viele Geburtstage. Aber ich habe es mir schon zur Aufgabe gemacht, jedem in der Fraktion auch tatsächlich persönlich zu gratulieren. Persönlich heißt natürlich zuallererst per Handschlag. Aber wenn das nicht möglich ist, wir haben ja auch oftmals Wahlkreiswochen, wo Personen Geburtstag haben, dann eben durch einen Geburtstagsgruß. Und ich habe mir einen ganz besonderen Geburtstagsgruß ausgedacht. Das ist also sozusagen meine Lieblingsspirituose. Also ich bin ja kein Kostverächter. Und da gibt es also tatsächlich einen sehr, sehr schönen Himbeerbrand aus Österreich, der noch im Eichenfass sozusagen nachgereift ist. Üblicherweise sind Obstbrände ja weiß. Der ist goldig sozusagen. Und wenn man den ausgetrunken hat, hat man morgens einen Kater. Und deswegen liegt für morgens dann eben auch ein kleines Gläschen mit einer einzigen Spreewaldgurke dabei. Die habe ich im letzten Jahr gefunden im Spreewald, als ich mit meinem Bundestagsbüro dorthin einen Ausflug gemacht habe. Nun sind Sie ja nicht nur Politiker, Sie sind ja auch Mensch. Und manchmal muss man ja von der Politik auch abschalten. Wie machen Sie das denn? Ich habe ja eine große Familie. Ich lebe in zweiter Ehe. Ich habe jetzt vier Kinder. Meine ganz große ist erwachsen. Die ist inzwischen 31 Jahre alt. Zahnärztin. Meine zweite hat gerade ein 1,0 Abitur hingelegt. Wird jetzt auch Medizin studieren. Hoffentlich in Greifswald, wo ich auch studiert habe. Und ich habe noch zwei kleine Kinder, nämlich neun und sieben Jahre alt. Der ganz kleine ist sozusagen der Stammhalter. Ja, also der letzte Schuss ist dann der Kronprinz geworden. Und mich füllt das Leben mit meiner Familie wirklich aus. Ich bin einfach gerne zu Hause. Ich bin einfach froh, bei meiner Familie zu sein. Mit den Kindern, mit meiner Frau zusammen zu sein. Auch mit Freunden zusammen zu sein. Wir sitzen ziemlich oft bei uns auf der Terrasse. Und wenn ich Gelegenheit habe, koche ich dann eben auch dazu. Also ich koche unwahrscheinlich gerne. Das Kochen ist sozusagen mehr oder weniger mein Hobby. Keine Extravaganzen, sondern eher gut bürgerlich. Also Rinderroulade, ein Gulasch, Königsberger Klopse. Ganz tolle Geschichte. Das variiere ich dann das ein oder andere Mal. Ja, dabei entspanne ich sozusagen. Na, wenn das nichts ist. Herr Komning, ich wünsche Ihnen für die anstehende Wahl alles Gute. Viel Glück gegen Herrn Amthor. Dankeschön. Holen Sie das Direktmandat? Ja, ich gebe mir alle Mühe auf jeden Fall. Und die Aussichten, wenn ich das sagen kann, sind ja gar nicht so schlecht. Aber dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Ihnen danke ich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.